Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Stranded Deep. Ja, wir haben schon den Pfeil gepackt, sehr gut. Genau. Ja, genau, in dieser Folge werden wir jetzt mal die Korde hier erkunden. Und zwar with a knife. Soweit haben wir hier, glaube ich, alles aufgebaut gehabt, genau. Gekocht, gekocht, latsch, latsch. Wir könnten theoretisch... Wie spät haben wir es? Ja, zuallererst mal die Boote machen. Eins, zwei, eins, zwei. Gut, oh mein Gott. Machen wir mal zuerst die Boote. Natürlich. So. Na, oh mein Gott. Alter. Alter. Und wieder runter. So. So, 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 so. Boot Nummer eins haben wir geschafft. Das ist sehr gut. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Na. Genau, hier. Leder so selber hat, glaube ich, nirgends... Oh, doch. Okay. Okay. Oh, oh. Na gut. Dann muss ich dieses Riesenfleisch wohl nachessen. Nehmen wir mal das Holz. Hab ich doch... Dachte ich auch irgendwo rein. Ups, reingepackt. Oh. Da bleibt man auch hier. Da bleibt man auch hier. Motorradteile. Oh, ach, Luxus hier, wa? Puh. Okay. Oh, oh. Na, da will ich nicht hin. Ich will da nicht hin. Oh, oh. Aufs Dach, genau. Und runter jetzt. Genau. Oh. Okay. Okay. Damit hätte ich jetzt gerade nicht gerechnet. So. Ah, verdammt. Pff. Er hat mich erwuscht. Er hat mich erwuscht. Klaus. Ah. Irgendwas. Nö. Nö. Ging mir gerade irgendwie ein bisschen zu schnell. Äh. 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 Gut. Das Luxusboot war... Hallo. Ich hätte mir mehr erhofft. Ich hätte mir mehr erhofft. Ah, na gut. Ich muss hier mal gucken, wo es hier noch vielleicht unter Wasser blubbert. Also ich muss hier auch mal auf ein Land achten. Hmm. 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 hier irgendwie was in diese Richtung geht es ja ins nichts ist aber auch eigentlich eine schön große Insel wenn man von hier so guckt so zwei da drüben ist auch noch eins zack zack wie wo was wasser fällt sich die Steuerung irgendwie komplett anders wird es jetzt ernsthaft schon wieder dunkel ist 16 Uhr Minion das letzte Boot da drüben bevor es dunkel ist oder ganz dunkel wird hier oh hier nicht ernsthaft jetzt hat er natürlich ein Hai paar kleine Teile waren jetzt auch noch drin muss ich gleich ah das war so richtig so ach komm ja mit rein ok ich lasse mich mal wieder schwierig so Türchen na leer leer ja ich weiß nicht ob der ja Stachel hinten gefährlich sein nicht sein kann sondern ist so gut ja das war das war schon mit Booten auf dieser Insel so so ah wollte ich nicht aber ok so speichern und natürlich da nachtüber mal wegschlafen habe ich schon lange nicht mehr gemacht tatsächlich aber jetzt mit mit dem Leben ok es geht nicht hoch und das große fleisch jawohl super jetzt warten wir nochmal ganz kurz bis es hell ist hell leer ist ja auch noch hell ist und dann gehts um die Insel ein Leder hier oh peng hell Leder reingepackt und hell so Mutter Zähne dann werden wir hier nochmal ein bisschen oh ich habe doch hier das komische kleine Stein Ding hingelegt irgendwo oh oh die Steinklinge jetzt habe ich es wieder ach da wie hatten die noch genau so was ich sagen wollte jetzt sammeln wir wieder äh 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 nie nie ne verdammt wie heißen die oh ich komme jetzt echt nicht drauf verdammt ihr seht's gleich ok hier jetzt nicht hier doch lief's doch war richtig naja gut für's Wasser zum Beispiel dann haben wir die Insel eigentlich auch ganz gut gemeistert kann ich auch noch mal mitnehmen kann ich auch noch mal mitnehmen wir müssten auch mal langsam wieder zurückfahren mit dem Sprit und alles oh ich dachte es fängt gerade an zu regnen gut ich dachte es fängt gerade an zu regnen die müssen auch einfach eine Schlange sein lalala lalala na sonst ist hier aber nix was ich hatte so in der Nähe vom Flugzeug findet man irgendwas aber irgendwie nicht nö das ist natürlich jetzt gerade schade hm schade ich dachte echt wir finden endlich wir finden endlich mal oh geil hier ist ein kleiner Pool das ist cool das ist geil ich dachte wir finden jetzt hier endlich mal ein Easter Egg oder irgendwas so ein story bezogenes Dings wie ja schon eigentlich faszinierter vorher gesagt eins weiß ich ja was es ist falls ihr es nicht hören wollt dann macht mal ganz kurz Stumm oder so aus Musik und zwar ist das der Ball ja den sollte es hier geben sollte es hier geben aber bislang noch nicht gefunden das neu ich weiß auch wie wir damals leben vom damals wie wir leben aus dem Wasser hier angelt haben das war auch ganz cool da waren wir auch glaube ich ein paar mal angegriffen aber es hört sich jetzt hier gerade auf der Insel doch gar nicht so schlangig an vielleicht gab es hier doch keiner ja ich denke mal in der nächsten Folge geht es erst mal wieder zurück würde ich sagen wie wir Sacken und das spricht hier drinnen ah gut oh da drüben ja gut ich würde sagen ich würde sagen wir schüppern wirklich erstmal wieder zurück was habe ich dabei Sticky ist die bleiben hier natürlich na ähm Steine bleiben natürlich auch hier das Ding die Dinger so bleiben gut Hallo? Oh! Was ist denn jetzt? Weg? Ja, ja. Äh. Okay. So. Wisst ihr was? Wie spät haben wir es denn? 8.13 Uhr. Wir fahren mal wieder ein bisschen zurück. Also es ist gerade früh am Morgen und ich muss gleich los. Aber ich hatte gerade irgendwie wirklich richtig Bock drauf. Ich mache jetzt auch... Ich stoppe immer aus. Ich fahre jetzt auf jeden Fall bis nach Hause noch. Mal gucken was so auf dem Wake passiert. Und ob ich überhaupt nach Hause komme. Ich hoffe es natürlich sehr. Ich werde mich auch immer hinter den Pfeil stellen. Dass ich ja nicht irgendwie aus Versehen falsch fahre. Und zu der Insel fahren wir erstmal noch nicht. Wir werden von meiner Insel erstmal wieder auf andere Inseln fahren. Aber vielleicht komme ich ja zu denen hin, dass ich ein bisschen die Pfeile umpacken kann. Wuii. 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 Äh. Fässer, Alter. Muss so laut sein. Muss richtig Bonbon machen. Da. So. So. Ich werde zu der tatsächlich gefahren. Oh. Wenn das nicht nochmal am Perfect Drift war. Noch ist der Sprit auch ganz gut. Ah. 15 Minuten habe ich noch. Boah. Boah. Bis 15 Minuten. Das wäre ja noch fast zur Folge. Oh. Klatsch. Was ist denn da? Ich habe hier so ein riesen Tank. Punkt. Ja. Jetzt noch safe da rüber. Oh. Weil jetzt zu meiner Insel zurückzukommen ohne Pfeil und so. Hm. Vielleicht nicht unmöglich, aber ich würde schon sagen sehr schwer. Ja. Ah doch. Tatsächlich. Na gut. Okay. Da brauche ich jetzt mal nicht absteigen. Fahre mal. Ich werde da rüber gefahren tatsächlich. Ja. Also waren wir auf der Insel da noch nicht wahrscheinlich. Hm. Das eine war ja gerade die Flugzeuginsel. Wo unser Absturz das Flugzeug gibt. Ach ja. Dann gab es zu einem gelegt und digitaler attachieren. Das war meine Insel. Überrasch. Du. Wenn ich über das nicht bin, dann war ich. Also war auch hier. Du. Du. Ich habe das nicht. Du. 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 Das ist mein Haus Okay Wir sind gar nicht so weit weg Ich glaube, wir fahren dann In der nächsten Folge mal zu der Insel Und dann mal rüber Ich glaube, dann haben wir nämlich eine Insel Übersprungen Gar sogar zwei Das ist natürlich sehr gut Das wird alles langsam und vorsichtig gemacht Weil jetzt momentan mit den Pfeilen bin ich echt sehr gut dabei Dass es alles vernünftig und sehr gut passt Deswegen möchte ich da 6bar 1 Sonst hätte ich ja schon beide zwei Inseln direkt auf die eine Insel gezeigt Aber lieber erstmal vorsichtig und langsam Ich fahr mal da rüber Und hier geht es dann auf der Insel weiter In der nächsten Folge Genau, von der komme ich Zu der Will ich Dann Oh Okay Das sortieren werde ich auch in der nächsten Folge machen Und Ich werde das so abspeichern Also sage ich schon mal Vielen Dank fürs Zuschauen Arbeitet mich Gebt einen Daumen nach oben Und schreibt den Kommentar Wie euch das Video gefallen hat Tschüss Also Ich werde das so abspeichern Ich werde das so Vielen Dank.